Für mich persönlich ist Billa eigentlich meine Kindheit. Von klein auf sind wir immer zum Billa einkaufen gegangen. Wenn man reinkommt, man bekommt einfach alles, was man in dem Moment haben möchte. Das schönste Unternehmen ist eigentlich, dass es ein Riesenunternehmen ist, dass es wahnsinnig komplex ist. Es tut sich immer was Neues auf. Das Besondere ist schon die Bekanntheit des Unternehmens und dass man schon stolz, ein Teil der Familie zu sein. Billa steht für Gemeinschaft und für die Vielfalt auf und für die Vielfalt. Untertitelung. BR 2018